Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Walking Dead, oh vergiss es ey. Äh ja, Clementine ist irgendwie weg und ähm, da liegt Derek Happy. Ich hab jetzt bei OBS was versucht umzustellen, in der Hoffnung, dass keine Probleme mehr sind in den Sequenzen. Ich hoffe, dass es was bringt, sonst tut mir das echt leid. Ähm, das Walkie, oder was rauscht da? Ich gut. Oh nein. Scheiße, es hat ihn erwischt. Ich muss ehrlich sein. Wo ist Clementine? Sie ist nicht in ihrer room. Vernon nicht in der Haus, oder? Was ist denn da passiert? Whose blood ist das? Es ist meine. Oh mein Gott. Keine Weise. Nein, keine fucking Weise. Keine Zeit, um mich zu beschäftigen. Clementine ist weg. Keine Chance, dass sie einfach auf seine eigene Wand wanderte? Nein, keine Chance. Dann, wer in der Hölle hat ihn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Lass Nacht, Vernon kam zu mir und versuchte sie mit ihm. Ich sagte, sie wäre besser auf. Sonne von einem B****. Ich wusste, dass wir nicht in der Hölle haben können. Woher sie ist, ich muss sie finden. Okay. Was hast du von uns? Clem nicht mehr Zeit haben. Wir haben eine bessere Chance für sie finden, wenn wir alle zusammenkommen. Wer ist mit mir? Wir sind alle verantwortlich für Clementine. Und in deinem Konditionen, du kannst du nicht machen, dass sie in der Hölle haben. Sie braucht unsere Hilfe. All unserer Hilfe. Damn right. Ich kann nicht, dass du das alleine machen kannst. Also, das ist es getrennt. Wir suchen Clementine zusammen. Danke, ihr Leute. Ich veröffentliche es. Vielen Dank. Was hast du schon einen Arsch? Ich weiß, dass sie eine Familie ist. Sie ist meine Familie. Sie ist alles, ich habe. In der Endeffektion, Familie ist alles, was wichtig. Und du warst da für Katja und Duck, wenn es wichtig war, glaube ich. Okay, ich bin in. Okay, Leute. Wir sollten gut finden, Vernon. Wir sehen, ob er sie hat. Wir gehen. Was ist das Boot? Wir werden es nicht gehalten? Wenn jemand es nehmen würde, dann hätte es getan haben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube aber nicht, dass es Vernon war. Ich glaube, sie sind weg. Wo sind sie denn? Sie sind weg? Vernon, weg hier! Es gibt keine Probleme hier. All ich will ist die Frau. Gib sie zurück und niemand braucht zu werden. Was ist denn da los? Oh, 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 oh. Oh! Clementine. Are you all right? Where are you? Vernon, son of a bitch. Oh, Lee. Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine is fine. But if I were you, I choose my next words very carefully. Okay. Das ist blöd. Das fällt sehr doof in den Part. Gucken wir mal, was haben wir hier? Der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem Dachboden? Ich und 74% der Spieler haben ihn umgebracht. Hast du Vernon belogen oder bedroht? Waren rational und aufrichtig. Hast du Clementine mitgenommen? Ah, viele haben so gedacht, wahrscheinlich wegen Umi. Hast du Ben in den Tod stürzen lassen? Oh! Viele haben ihn gerettet. Der Typ, ne? Ich weiß, in so einer Situation sollte man zusammenhalten. Aber der hat doch nur Scheiße gebaut. Ständig. Hat er jemals was Gutes gemacht? Und wenn ja, habe ich es schon längst vergessen. Hast du der Gruppe den Biss gezeigt? Ja, so ehrlich bin ich natürlich gewesen. Wer begleitet Lee? Ja, ich bin mit 13% noch gut dabei. Das ist ja unten 18. Also am meisten haben Kenny und Lee. Ja, Ben ist ja weg, von daher ähm. Jetzt muss ich echt warten, bis die Credits vorbei sind. Na gut, dann warten wir mal. Weil ich will den Part jetzt nicht beenden, deswegen ja. Das hätte ich aber auch vorher wissen sollen, dass die Credits jetzt gleich kommen. Naja. Halb so schlimm. Sollte ja nicht so lange dauern. Ich weiß es echt nicht mehr. Schon so ewig lang nicht gespielt. Ich nutze die Zeit mal, um etwas zu trinken. Genau und längst als ich dachte. Tut mir jetzt leid, aber wie gesagt, ich möchte das gleich weitermachen Und ich habe in OBS nicht die Möglichkeit, die Aufnahme zu pausieren, glaube ich Ich weiß nicht, ob das geht Das würde ich natürlich machen, würde ich wieder ansetzen, wenn es weitergeht Aber ich denke, es ist eh gleich vorbei 2012, mittlerweile gibt es ja schon den dritten Teil Den habe ich aber noch nicht So, haben wir gleich weiter gemacht Es dürfte das hier sein Episode 5, die Zeit wird knapp Previously on The Walking Dead What if my parents come home and I'm not there I've got my walkie-talkie in case they try that way Hey, there were some batteries in one of those boxes Here, you can have some too But we'll be in Savannah and my parents were in Savannah They always stay in the same place when they go there The Marshals The Marshals? Yes, that's it You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go Yeah, why? Clementine? Clementine? Clementine! Clementine! Clementine's gone wherever she is I have to find her We have a better chance of finding her if we all go together We have a better chance of finding her if we all go together Who's with me? We'll look for Clementine together Hell yeah Gwen? She's my family now She's all I've got Hell, in the end family's all that matters Clementine? Clementine? Das haben wir doch schon mal. Du solltest wirklich aufhören. Grimantin ist gut. Aber wenn ich dich wäre, dann würde ich meine nächste Worte sehr vorsichtig sein. Was willst du von mir? Whatever es ist. Ich werde das. Du kannst sie weg. Ich will, dass du nie jemanden wiederhörst. Das ist nicht ein Kidnapp. Huh? Ja. Genau. Ich muss eher wahrscheinlich sie vor dir retten, du Spinner. Das hoffe ich. Für jetzt. Ja. Total. Wir haben nicht viel Zeit. Ihr habt ja keine Zeit. Ich würde gerne... Was hat... Nein. Lalalalalala. Das hat niemand gehört. Alter. Was... Das musste jetzt auch mal eine komische Benachrichtigung angehen, dass ein neues Video kam. Okay. Sound ein bisschen leiser. Ja. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist ein Surgical-Supplies. Empty. Aber nimm mit! EMPTY 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 Frage Okay, gehts da noch weiter? Was ist das kleine Ding? Die Aufzugtür öffnen? Wow Und ihm gehts gar nicht gut Ihhh Geh halt durch, ich brauch dich noch ein bisschen Es ist unvermeidbar, dass er stirbt Wer Walking Dead kennt Wenn man von einem Zombie gekratzt wird, das reicht schon Die Sode 5, die Zeit wird knapp Es gibt kein Mittel dagegen und derjenige stirbt Es ist leider die Tore gewohnt Wenn du leidest Shit Das ist schlecht F*** Kannst du in den hättest du viel früher abschneiden sollen es wird auch nicht mehr funktionieren es ist schon viel zu spät dafür es ist schon viel zu spät das muss sofort nach dem biss passieren das hat schon viel zu lang das ist schon viel zu spät So oder so? Es ist zu spät dafür. Das kann ich nur wiederholen. Das muss sofort nach dem Kratzer oder Biss oder sonstwas abgeschnitten werden. Wenn schon, denn schon. Damit noch eine Chance bleibt. Das hat schon viel zu lang gedauert und daher lasse ich ihm den Arm. Der kann seine Zeit er hat noch sinnvoller nutzen mit beiden Armen. Es ist gut, dass um mich wieder so fit ist. Oh, mit euren Ärschen. Das ist fucking peachy. Was würdest du klettern, Lee? Lee, nein! Es sieht gut, dass er da hing. Aber nicht, ich muss hoch. Danke. Ja, das ist aber für mich. Ich weiß nicht, wenn die Savanen war. Die Crawfords-Bastards machte eine Sache richtig, ich glaube. Es gibt ein Tausend von ihnen. Sie haben uns nicht hier folgt, haben sie? Es scheint so zu sein. Das ist verrückt. Sie können nicht nachvollziehen. Sie einfach rollen. Ist es? Das fucking train war nicht genau so schrecklich. Wir müssen uns das Ruf so schnell wie wir können. Es ist nicht sicher da unten. Wir können nur durch die Straße gehen. Du planst auf ein bisschen Wings-Wing? Schau, wir können unsere Beherren und sehen, ob wir ein Weg finden können, um es über die Stadt zu machen. Gut? Gut. Ich... Ich glaube, wir können nicht nur was mit Lee passiert. Ich habe nur meine Füße verloren. Das ist alles. Also, du musst uns wissen, ob du dich fühlst, wenn du dich lustig fühlst, wißt du? Ich weiß. Es ist nur Dizziness, das ist alles. Ich bin alles gut. Als gut wie du kannst. Ja. Als gut wie ich kann. Jetzt was? Wir gehen nach unten und finden eine kleine Frau da. Right, pal? Jetzt, wir gehen unsere Beherren. Errungenschaft frei geschaltet ins Feuer, was auch immer das heißt. Ich werde hier allerdings den Part beenden und wir sehen uns mal wieder bei The Walking Dead. Bis dann. 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 Vielen Dank.